Für Weihnachten müsste man da was ausrechnen, fällt dir zufällig was ein? Vielleicht y ist 1 durch x? Ja, das schaut gut aus, aber das ist erst 1. Möchtest du noch was? Ja, ich glaube x² plus y² ist 9. Ja, schau, das passt wunderbar, aber jetzt sind wir erst 2. Ich weiß noch was, y ist der Betrag von minus 2x. Gehen wir erst einmal rein da. Ja, jetzt sind wir erst bei 3, eine fehlt uns jetzt glaube ich noch. Hm. Möchtest du es? Ja, ich glaube x ist minus 3 mal Betrag von Sinus y. Das nennen wir mal. Das nennen wir mal. Jetzt schaut das schon gut aus. Ich glaube jetzt haben wir Weihnachten gut ausgerechnet. Ja, das haben wir. Passt. Ich glaube jetzt haben wir es, oder? Ja. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Ich glaube jetzt haben wir es, oder? Ja? Ja. Das ist aber ein bisschen so gut.